Herzlich willkommen zur Einheit Trans-Inter-Nichtbinär an der Universität. Mein Name ist Sophie Weibrew, meine Pronomen sind sie ihr im Deutschen und she her oder they them im Englischen und ich werde sie durch diesen Teil dieses MOOCs begleiten. In dieser Einheit werden wir uns dann beschäftigen, wie wir als Lehrpersonen, KollegInnen und Vorgesetzte dazu beitragen können, unsere Universitäten zu einem wertschätzenden Studien- und Lernumfeld für trans-, inter- und nichtbinäre Personen zu machen. Zunächst ist es hierfür wichtig, dass wir die Überbegriffe dieser Einheit definieren. Unter trans- bzw. transgender-Personen verstehen wir Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, dem sie bei der Geburt zugewiesen wurden. Als solches fungiert trans- als ein inklusiver Überbegriff und eine nicht-patilokisierende Selbstbezeichnung für verschiedene Gruppen von Personen, die sich in dieser Definition wiederfinden. So beinhaltet dies trans-Frauen, trans-Männer und nicht-binäre Personen, wobei sich jedoch nicht alle nicht-binären Personen auch als trans- verstehen. Manchmal wird im Deutschen auch der Begriff trans-ident verwendet. Das Wort trans-sexuell oder seine Nominalisierung sollten Sie in diesem Kontext vermeiden. So wird es von manchen Personen als Selbstbezeichnung verwendet, aber sowohl im Deutschen als auch im Englischen wird der Begriff inzwischen von den meisten trans-Personen als stigmatisierend empfunden. Darüber hinaus ist er auch durch die Endung sexuell irreführend, da es bei trans-identitäten um die Geschlechtsidentität und nicht um die sexuelle Orientierung geht. Stattdessen empfiehlt es sich, Begriffe wie trans-Personen oder auch trans-idente oder trans-geschlechtliche Menschen zu verwenden, wenn sie über Trans-Personen als Gruppe sprechen. Im Englischen würde ich Ihnen den Begriff trans-persons ans Herz legen. Nicht-binär, englisch non-binary, en-bay oder genderqueer ist wiederum eine Selbstbezeichnung für Personen, die sich außerhalb der binären Geschlechterordnung verordnen, die also weder nur weiblich noch nur männlich sind. Das Gegenstück zu transgender ist cisgender oder cis und beschreibt Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, welchem sie bei der Geburt zugewiesen wurden. Inter-geschlechtlich oder inter im Englischen intersex sind Selbstbezeichnungen von Personen, deren Geschlechtsmerkmale anatomisch, chromosomal und oder hormonell von der medizinischen Norm weiblicher oder männlicher Körper abweichen. Inter-geschlechtliche Menschen können sich sowohl als inter- als auch als männlich, weiblich oder nicht-binär identifizieren und sich sowohl als trans- als auch als cis- verstehen. Menschen, die nicht inter- sind, werden als endo- oder diadisch bezeichnet. Cis-diadisch bezeichnet also im Folgenden eine Person, die weder trans- noch inter- ist. Sowohl bei trans-, transgender-, inter-, cis-, endo- und diadisch handelt es sich um Adsektive, welche eine Person näher beschreiben, aber sie nicht gänzlich definieren. Aus diesem Grund sollten sie es vermeiden, diese Begriffe als Nomen zu verwenden.